Grüezi und herzlich willkommen zu der neuen Produktion vom dramatischen Verein Dielsdorf im 2018. Ich bin der Mensch Riener und darf bereits zum siebten Mal Regie führen. Diesmal beim Stück Nicht ganz 100. Nicht ganz 100 spielt in einer psychiatrischen Einrichtung, wo ... Was ich darunter habe, komm doch vorbei und find's raus, du Lurscht, Molch. Genau gesagt geht es um eine betreute Wohngruppe mit Bewohnern, die jetzt nicht gerade so als schwere Fälle gelten. Wieso soll es mir nicht gut gehen? Ich bin total ruhig und ausgeglichen wie noch nie. Es macht mir wie immer sehr Freude. Oh, hallo! Ein neues Gesicht. Ich hätte dir nur sagen wollen, du bist gut, so wie du bist. Und das Mensch war gut. Renate, Hanni, also ich würde ... Ja, ist schon klar, ich gehe noch mal übeln. Gut, also ... Ich wollte sagen, dass es wirklich eine Freude ist, mit diesen Schauspielern ein weiteres Mal Produktion zu machen. Der Tonhäppli? Nein. Der Neurasperfix? Auch nicht, danke. Nicht doch ein Häppli? Nein! Was ist mit euch los? Da die versprochene CD. Und noch ein Autogramm drauf. Dann fällt doch ein Schraubenlacher. So. Und wir zweifeln jetzt raus, auf welche Station wir hören. Hm? Und jetzt ist es fertig mit dem Theater. Es wird endlich angefangen zu proben. Hallo? Ist das jemand? Hilfe? Okay.